Also auf jeden Fall habe ich mit meiner Familie mir das angeguckt, den Prozessauftakt und ich war eigentlich sehr überrascht, weil er eigentlich sehr gut aussah für meine Begriffe und ich bin halt traurig, was man so über ihn erzählt, weil ich ihn ja ganz anders kennengelernt habe und es macht mich schon wirklich traurig, was man über ihn erzählt. Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Neuter gibt. Wir waren ja selbst dort und wenn man natürlich dort auf die Neverland Range kommt, fühlt man sich wie im Paradies, das ist logisch. Wir haben uns dort auch super wohl gefühlt. Wir sind nett aufgenommen worden, wir konnten uns dort wirklich frei bewegen. Wir waren bei ihnen im Wohnhaus, wir haben alles von ihm gesehen und ich kann mir schon vorstellen, dass es da einige Neuter gibt, denen es halt nicht so gut geht, die ihm das halt alles nicht gönnen. Ja auch schon. Ja.